immer wieder schön ja genau komm komm hoch hier sein braves skelett ja genau so arschloch fackel gesetzt verrecke die länder scherke noch so ein arschloch zumindest krieg ich ein paar Pfeile aber ich schon wieder viel davon ja Gold Gold wäre mal schön wenn er große Einsatz gemacht werden würde aber die Boosterschienen sind eh schon gut kann man dann schon einiges machen vor allem wenn man da ein Schienen auch mal hat ich würde sie gern in ein Ding abbauen in so einer Höhle also so einer Spalte Windschächte das Wort habe ich gesucht würde ich gerne Windschächten abbauen so jetzt machen wir hier mal den Weg frei leuchte ich hier alles aus nicht dass hier mal wieder was runter stolpert ich bin eh schon wieder ziemlich im Verzug mit aufnehmen weil ich dieses Wochenende Geburtstag hatte und da da bin ich jetzt nicht unbedingt dazugekommen dass ich jetzt hier mal jetzt noch aufnehmen muss einiges organisieren das ist eine anständige Feier wird und so und dann kriegt man natürlich auch noch zum Geburtstag zwei Computer Gespiele geschenkt dann muss man doch direkt mal die Freude machen und die Let's Plane deswegen habe ich auch gestern schon Anno angefangen morgen werde ich Ding anfangen Spinne verzieh dich weg von der Lava so morgen werde ich Monkey Island 1 anfangen in der Neuauflage mit verschönerter Grafik ist sicherlich auch nicht schlecht was halt irgendwo blöd ist und hier mache ich dicht was trotzdem auf Englisch ist nur auf Deutsch übersetzt mit Text und nicht mit Ton aber was soll's ja genau was soll denn die Kacke jetzt verzieh dich na endlich na hoch hier so wo bist denn du? fluchte Axt nee für dich verschwende ich keine so für dich verschwende ich mal keine Wurfsterne und die nächste Spalte so geil das wird das werden schöne Erkundungen hier jetzt habe ich hier noch die ganze Kohle hier raus und gehe ich zurück zu meiner Zwischenstation weil dann eh meine Spitzhacke schon langsam hin ist na die Kohleader hört er jetzt gar nicht mehr auf so endlich äh ich verpiesel mich ich mach mal ah fuck brauch zu brennen jetzt passt's wieder komm hab dich nicht so hörst du auf hörst du auf zu sterben danke so wie sieht meine Rüstung aus? was geht eigentlich noch? so ich ziehe trotzdem mein Schwertchen ich gehe in die Knie wenn ich die Taste treffe so wäre ein bisschen uncool wenn ich jetzt runterfallen würde da habe ich nix Lust gar nix Lust so ich müsste mich in die Richtung auch noch in der Spalte so durchbauen so äh huch da ist ein Treppchen so äh wo muss ich hin? wo muss ich hin? da hinten war ich auch noch nicht mach ich doch gleich mal kann mir ja keiner vorwerfen dass ich hier nicht alles ausleucht so die Kohle nehme ich natürlich gleich mit wenn sie so schön rumhängt so danke danke und das Eis nehme ich natürlich auch dankbar an und ein paar Kobbels nehmen wir auch gleich mit so wie viele Eisenohren haben wir denn schon wieder? Goldohren 6 Stück 64 13 alter ah ah so kann man sich die Rüstung auch zerballern so so die Kohle nehmen wir auch gleich mal mit solange die Spitzhacke noch reicht ich warte nur drauf dass gleich hinter mir so Zischbumm macht scheiße also eh die Spitzhacke schon hin dabei habe ich keine mehr so wo ging's denn hier? äh puh ähm huch hier lang vielleicht? nö 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 da lang war's nicht hier lang ist ein Skelett nö da lang ist's nicht behaupte ich jetzt mal so hier hoch vielleicht und hier hoch ich hab echt keinen Peil mehr wo's ah hier raus geht gefunden nö nö so hoch hier nö so nö nö Ich kann ja nicht das Glück haben Und hier tagsüber hochkommen So Jetzt lege ich mich mal kurz schlafen Und muss kurz unterbrechen Muss kurz was machen So, hab mal kurz nachlegen müssen Feuertechnisch Weil sonst wird es kalt hier in der Bude So Crafting TBL So, machen wir uns gleich Zwei Kisten Dass wir hier Ein bisschen was verräumen können So Was lege ich denn schönes rein Äh, Knochen Axt mal Die Ho Das Eisen Das Gold Ein Stack Kohle Äh Die Federn Die Strings Das Spinnenauge Das Hühnchen Scun Powder Gravel Sieht jetzt echt komisch aus Muss ich wohl noch ändern Rotten Flash Das hier Ein Stack Koppel reicht Würde ich sagen Genauso wie ein Stack Erde Das reicht auch So Die Shears Werde ich wohl nicht hier brauchen So Dann Machen wir uns mal Machen wir uns mal Stiggis So 64 Stück Dürfen reichen So Dann Machen wir uns wieder Ach Machen wir uns Weil wir lustig sind Vier Spitzhacken Dann können wir ein bisschen länger Unten sein Vier Stück Pam So 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 Für Spitzhäkelchen Brauche ich noch irgendwas Schwertchen brauche ich nicht Äh Axt habe ich So sieht es eigentlich gut aus Fressen könnte ich was So Dann geht es wieder ab in die Tiefe Und erkunden wir weitere Es macht irgendwie heute echt Laune hier durch die Höhle zu laufen Bis ich wieder Knallwumm mach Da warte ich nur drauf Dass wir Mit einer gebührenden Explosion Wieder Uns von dieser Welt verabschieden In dem Weg darf ich hier auch noch ein bisschen besser ausbauen Bei Fackeln muss ich auch noch überlegen was ich mit denen mach Ach Ein Creeper Was machst du hier Steht hier rum Seelen ruhig Komm her hier Ich töte dich Und deine Brut So Kein Wunder hier ist es auch zu dunkel So So jetzt nicht mehr Kann er mich am Arsch lecken Da ist es auch zu dunkel So Wo war es jetzt zur Oh ich habe da Eisen übersehen Was für ein Fauxpas Das hätte mir nicht passieren dürfen Und runter kommen tue ich auch nicht So So Hier geht es lang Hier könnte ein Fäckelchen hin So Hier lang Ich dürfte hier echt mal ausbauen Der Weg wird echt schmal und so Mach ich hier mal noch ein bisschen frei Bitte frei machen Danke So Dann können wir hier mal ein bisschen Leichter rum gehen Wann hier eigentlich los? Nicht viel Nicht viel So Hier strömt immer noch munter die Lava Was soll's Wir sind lustig So Jetzt knipse ich hier mal Komplette Lava aus Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu warten So So Komm Zack 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 So Ganze Kacke wegschaufeln wieder Gut nicht die ganze Weil das würde zu lange dauern So Fackel hingepinnt Na Spinnen Was machst du hier? Schön deine Bekanntschaft zu machen So Noch eine Ist hier in etwa Ein Na Ne 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 Ach So Das Geduld geht mir gerade auf den Sack So Schon eher Mal kurz was gucken Jo Funktioniert Da drüben ist es dunkel Geht mir aber gerade am Arsch vorbei So Hier eine Fackel Heute macht Höhener Bekundung Irgendwie Spaß Und wieso verschreicht Der ist schon wieder Wo bist du hin? Geht mir 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 Geht mir